Beim Rennabbruch wird die nächste Klasse vorgezogen und wir machen, wird nochmal frisch gestartet. Also die nächste Klasse wird nochmal nachgeholt, aber jetzt machen wir erst die Klasse dann 4.50 drüber. Und somit, wichtig ist ja aufgepasst, auch in diese Klasse kommt MSC Räusserin mit der Startung auf 5.01. Klausi Burgsteller! Klausi hilft mir einmal nervig, ich sag das! Klausi Burgsteller! Also jedenfalls in dieser Klasse steht es da. Nach dem Freilichjahr 2020 in der Regel nicht, in der Kerstau hier in der Stadt oder sonst noch Arbeitsmarkt wieder aufglauben. Klausi Burgsteller! 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.